hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von travel news heute geht es um die insel amrum ich habe mich entschlossen den film den ich jetzt gedreht habe nicht mit musik zu unterlegen schaut ihn euch an er ist meiner meinung nach toll geworden und die slrl zu der insel poste ich unter dem video bis bald tschüss so so Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020